Was geht ab Leute, Team Bubblet hier mit einem weiteren Tipp und Tricks Video für euch. Diesmal was wir um Skilldrain zu entgehen. Also falls der Gegner mal Skilldrain draußen hat oder so und der Gegner hat ganz viele Monster oder so, dann könnt ihr zum Beispiel Tour Guide Summonen und auf die Summon, also wegen Skilldrain würde jetzt halt nichts kommen. Aber wenn ihr auf die Summon TT chained, könnt ihr so das ganze Feld räumen. Tour Guide geht auf den Friedhof und der Effekt aktiviert sich dann im Grave. Und dann könnt ihr trotzdem noch, zum Beispiel jetzt Sanghan Special. Und dann habt ihr halt mit TT das ganze Feld geräumt und dann mit Sanghan halt angreifen. Also ich hoffe das war ein kleiner nützlicher Tipp für euch. Und danke fürs Zusehen. Ich hoffe das war ein kleiner Punkt. Ich hoffe das ist das ein kleiner Punkt, der wir schon hier einllyfrocken machen können. Aber dann sind wir uns zur Zwischenzeit.